Seit Jahrzehnten gehen Regierungen aus aller Welt UFO-Sichtungen nach. Doch wie laufen die streng geheimen Untersuchungen ab? Wer analysiert die gesammelten Daten? Und weshalb streiten viele Regierungen ab, dass sie UFOs erforschen? Wenn ein ranghoher Offizier sagt, sprechen Sie nicht über UFOs, dann ist das ein Befehl. Und wer ihn missachtet, hat schwere Konsequenzen zu befürchten. Wir zeigen, welche Regierungsprogramme zur Erforschung von unidentifizierten Flugobjekten existieren und decken auf, weshalb sie geheim gehalten werden. Eine weltweite Initiative hat begonnen. Geheimakten mit detaillierten UFO-Berichten, jahrzehntelang vor der Öffentlichkeit verborgen, sind jetzt frei zugänglich. Wir enthüllen die Wahrheit hinter diesen Dokumenten und finden heraus, was die Regierungen verschweigen. Unseared. Alien-Files. Auf der Spur der größten Geheimnisse der Erde. Auch wenn sie es leugnen, Regierungen aus aller Welt erforschen UFO-Phänomene. Ich habe von 1985 bis 2006 für das Verteidigungsministerium des Vereinigten Königreichs gearbeitet. Meine Aufgabe war es, UFOs zu erforschen. Ich hatte gemischte Gefühle, als ich dem UFO-Projekt beitrag, denn ich stand diesem Thema sehr skeptisch gegenüber. Doch als ich einige der außergewöhnlichen Radaraufnahmen sah, wurde mir schnell klar, dass meine anfänglichen Zweifel fehl am Platz waren. Die US-Regierung hat wie viele andere Staaten seit den 1940er Jahren zahlreiche UFO-Forschungsgruppen ins Leben gerufen. Nach einer beispiellosen Welle von UFO-Sichtungen im Jahr 1947, darunter der berühmte Roswell-Zwischenfall, richteten die USA Untersuchungsstellen ein. Project Sign, Project Grudge und Project Blue Book, das 1969 eingestellt wurde. Im Juli 1947 gab es Schlagzeilen, eine fliegende Untertasse außerirdischen Ursprungs samt Insassen sei auf einer Ranch in Roswell, New Mexico, abgestürzt. Die US Air Force gelangt zu der Überzeugung, die USA sähen sich einer Invasion durch eine unbekannte Hochtechnologie gegenüber. Und im Herbst 1948 hat ein Militärangehöriger eine Begegnung, die zu gut belegt ist, um sie zu ignorieren. Freigegebene UFO-Akte, der Gorman Dogfight. Fargo, North Dakota, 1. Oktober 1948. Der Weltkriegsveteran Lieutenant George Gorman fliegt in seiner P-51 Mustang der US-Nationalgarde in einer sternklaren Nacht über Fargo. Er trifft nach seiner Beschreibung auf ein Objekt von 15 bis 20 Zentimetern Durchmessern. Es ist ein hellleuchtender kleiner Lichtball und er fliegt über dem Ort, genau wie er. Mehrere andere Personen auf der Basis sehen den Lichtball ebenfalls und beschreiben ihn als hell mit klaren Umrissen. Gorman erhält Erlaubnis, das unidentifizierte Objekt zu untersuchen. Er nähert sich und es beginnt mit ihm zu spielen. Es hält auf ihn zu und fliegt knapp an ihm vorbei. Er versucht ihm zu folgen, aber es fliegt Manöver, zu denen er nicht fähig ist. Und irgendwann entschwendet es plötzlich. Er schätzte die Geschwindigkeit des Objekts auf 800 Kilometer pro Stunde. Unvorstellbar schnell für die damalige Zeit. Sie führten Manöver wie in einem Luftkampf oder Dogfight aus, während sie einander nachjagten. Wenige Stunden nach dem Vorfall treffen Offiziere von Project Sine ein, der damaligen UFO-Untersuchungsstelle der US-Regierung. Bei seiner Befragung beschreibt Gorman die Lichtkugel als klar umrissen, nicht völlig rund, sondern leicht abgeflacht. Dann erstaunt er die Ermittler mit der Aussage, die Bewegungen des Objekts hätten absichtsvoll gewirkt, als hätten sie auf die Seinen reagiert. Als hätte, Zitat, ein Wille hinter ihnen gesteckt. Sein Bericht galt als höchst glaubhaft. Er war ein angesehener Offizier. Was also war dieses Ding? Niemand wusste es. Gorman wusste nur, dass er nicht mit ihm mithalten konnte und dass es Fähigkeiten besaß, die er noch nie gesehen hatte. Nach einer umfangreichen Untersuchung und landesweiten Presseberichten folgert Project Sine, Gorman hätte einen Wetterballon verfolgt. Gorman war kein Einzelfall. Es gibt im Laufe der Geschichte zahlreiche Beispiele von Piloten, die UFOs begegnet sind. Nach näheren Untersuchungen fand sich in den meisten Fällen eine konventionelle Erklärung. Ich konnte belegen, dass die Zeugen Flugzeuglichter gesehen hatten. Wetterballone, Satelliten, Meteore, Luftschiffe, alle möglichen Objekte oder Phänomene. In bis zu 80 Prozent der Fälle konnte ich eine eindeutige Erklärung finden. Doch was genau sah Gorman am Himmel über North Dakota? Trotz des offiziellen Befundes durch Project Sine von 1948 betrachten Experten der UFO-Gemeinde den Gorman-Dogfight als ungeklärt. Viele Experten sehen sich die Dokumente an und sagen, sie wurden ihrer Aufgabe als Ermittler nicht gerecht. Sie sammelten Berichte, analysierten sie und verwarfen sie, eine nach dem anderen. Ein Wetterballon hier, Sumpfgas dort, der Planet Venus. Sie negierten alles, was ihren Schreibtisch erreichte. Wir enthüllen eine der meiststudierten und bemerkenswertesten Massensichtungen von UFOs in der Geschichte Europas. Oft werden offizielle UFO-Forschungen durch Regierungen streng geheim gehalten und die Geschichte zeigt, dass sie durch politische Interessen und widersprüchliche Analysen geprägt sein können. Doch was ist mit UFO-Sichtungen für die überzeugende Beweise, glaubhafte Zeugen und solide Daten existieren? Nick Popes Arbeit für die britische UFO-Behörde ermöglichte ihm Einsichten in die seltenste Art von UFO-Begegnung. Etwa 5% der Fälle werden als tatsächlich unidentifiziert eingestuft. Natürlich bedeutet unidentifiziert nicht, wie allgemein angenommen, dass es Außerirdische waren. Aber zumindest konnten wir diese Möglichkeit nicht ausschliessen. Unidentifiziert bedeutet unidentifiziert. Nicht mehr und nicht weniger. Freigegebene UFO-Akte. Die belgische UFO-Welle. Eupen, Belgien, 29. November 1989. Ein Schwarm dreieckiger UFOs erscheint am Nachthimmel. Es waren schwarze, dreieckige UFOs über ganz Belgien. Viele Augenzeugen beschrieben schwarze, dreieckige Objekte, wie sie auch heute beobachtet werden, mit mehreren Lichtern an der Unterseite. 30 verschiedene Gruppen von Zeugen und drei Truppen von Polizeibeamten sehen angeblich schwarze, dreieckige UFOs am Himmel über Belgien. Ermittler befragen Zeugen, um eine rationale Erklärung zu finden. Doch im Laufe der folgenden Monate schwellen die Sichtungen zu einer Welle an. Von November 1989 bis Frühling 1990 werden mehr als 1000 Fälle registriert. Die belgische Luftwaffe ließ Jäger aufsteigen, um die Objekte abzufangen. Wir hatten verschiedene Experten für die Detailanalyse von Fotos oder Videos und dem vielleicht wichtigsten Pfeiler der UFO-Forschung Radaraufnahmen. Sie hatten F-16, hochmoderne Jets, die den Objekten nachjagten. Sie hatten Sichtkontakt, Radarkontakt vielfach bestätigt. Und die Sache zog sich eine ganze Weile hin. Die Beweise sind überwältigend. Etwas ist da am Himmel. Die belgische Regierung sieht sich gezwungen, Nachforschungen anzustellen. Doch wie? Ich stellte sicher, dass wir Experten in unsere Arbeit einbezogen, seien es Zivilisten oder Militärs. Sie konnten uns sagen, ob etwas vom Radar erfasst worden war und, falls ja, was die Aufnahmen uns verraten konnten. Dann glich ich ihre Angaben mit bekannten Aktivitäten im Luftraum ab. Oder solchen, die ich recherchieren konnte. Astronomischen Phänomenen und dergleichen mehr. Ich sah mir zum Beispiel Luftstrassen an und militärische Übungen. Am 30. März 1990, mehr als vier Monate nach den ersten Sichtungen, macht eine NATO-Basis in Glan, südöstlich von Brüssel, ein unbekanntes Objekt auf dem Radar aus. Zwei F-16 steigen auf, um das unidentifizierte Flugobjekt abzufangen. Einer der Jäger hat für wenige Sekunden Radarkontakt und meldet, das Objekt sei rautenförmig. Radar ist keine exakte Wissenschaft. Manche Radarechos sind deutlicher als andere. Doch Radaraufnahmen sind ein wichtiger Bestandteil aller offiziellen UFO-Untersuchungen. Nicht nur durch die britische Regierung, sondern auch im Project Blue Book und überall auf der Welt. Skeptiker fragen, wenn die belgischen Dreiecke so weit verbreitet waren, wo sind dann die fotografischen Beweise? Viele Augenzeugen schossen Fotos, doch die Bilder sind verwaschen und unscharf. Ein Experte vermutet daher, die Dreiecke könnten einen Infrarot-Störsender eingesetzt haben. Doch vielleicht genügt dieses eine Bild eines schwarzen Dreiecks, das aus einem Video während der belgischen Welle entnommen wurde, um die ausführliche Untersuchung durch die belgische Regierung zu rechtfertigen. Die belgische Regierung nahm die Sache sehr ernst. Sie bat die Öffentlichkeit und Ufologen zur Hilfe, um herauszufinden, um welche Art von Objekten es sich handelte. Die belgische UFO-Welle ist ein seltenes und bedeutsames Beispiel, bei dem Augenzeugen, Wissenschaftler, Regierungsbeamte und unabhängige UFO-Forscher zusammenarbeiteten, um die Sichtungen auszuwerten. Das gibt einem Hoffnung. Sie wussten, was sie taten. Sie wollten die Wahrheit herausfinden und das Geheimnis dieser UFOs lösen. Doch trotz tausender Sichtungen, Radaraufzeichnungen, Video- und Fotoaufnahmen bleibt das Rätsel auch fast 30 Jahre später ungelöst. Wenn man schwarze Dreiecke sieht oder von einer Welle hört, muss man sich fragen, handelte es sich womöglich um Testflüge? Waren es die USA? War es ausländische Technologie, die eine Bedrohung darstellen könnte? Oder stammten sie von einem ganz anderen Ort? 60 Jahre später gibt es Sichtungen in Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Und wieder erklären Flugermittler den Zeugen, dass man seinen Augen nicht immer trauen kann. Über die letzten sieben Jahrzehnte sind Regierungen aus aller Welt tausenden von UFO-Sichtungen und Begegnungen nachgegangen. Oft unter strengster Geheimhaltung. Doch ihre fortwährenden Dementi überzeugen nicht alle Teile der Öffentlichkeit. In jedem Jahr, an dem ich am UFO-Projekt arbeitete, erhielt ich 200 bis 300 Berichte über Sichtungen und jedem davon musste nachgegangen werden. Freigegebene UFO-Akte. Die UFO-Sichtung über dem Flughafen O'Hare. Chicago, Illinois, 7. November 2006. Ungewöhnliches. Ereignet sich über einem der betriebsamsten Flughäfen der USA. Im November 2006, um 16.15 Uhr, erschien ein Objekt über dem Flughafen Chicago O'Hare. Der Flugbetrieb wurde eingestellt. Das Objekt schwebte über dem Flughafen. Viele Menschen sahen es und filmten, wie es einfach dort schwebte. Doch um was handelt es sich? Augenzeugen beschreiben eine rotierende, graue Scheibe, ähnlich einem Frisbee. Es war eine runde, fliegende Untertasse. Und die Leute beobachteten sie, bis sie plötzlich senkrecht empurstieg und ein Loch in der Wolkendecke hinterließ. Der Vorfall wird durch Bodenpersonal, Piloten, Passagiere und Fluglinienmitarbeiter bezäugt. Der Betrieb wurde eingestellt, aber es blieb keine Zeit, Jäger aufsteigen zu lassen. Unsere Reaktion ließ zu Wünschen übrig. Wir standen unter Schock. Doch viele Augenzeugen zögern, öffentlich zu äußern, was sie sahen. Man muss sich beinahe mit ihnen verbünden oder ihnen zumindest versichern, dass man ihren Erzählungen gegenüber aufgeschlossen ist. Viele machen sich Sorgen, dass wir sie nicht ernst nehmen oder dass sie ihre Zeit verschwenden würden. Es war ein UFO, ich glaube das. Es ist passiert, es war unbestreitbar. Und die Chicago Tribune brachte es auf die Titelseite. Die Mainstream-Medien wussten, dass es eine Geschichte hergab. Über das UFO von O'Hare wird in den gesamten USA im Fernsehen berichtet. Doch die US-Luftfahrtbehörde, die für die Sicherheit des US-Luftraums verantwortlich ist, lehnt es ab, Nachforschungen einzuleiten. Ich denke, sie hatten Angst, sich lächerlich zu machen. Also bemühten sich die Fluglinien und die Luftfahrtbehörde, die ganze Sache unter den Teppich zu kehren und sagten, ach, da war nichts. Dutzende Menschen hatten es gesehen. Niemand kann sagen, es ist nichts passiert. Es ist passiert. Die Behörden folgern, dass durch die niedrige Wolkendecke an diesem Tag perfekte Bedingungen für eine Wetteranomalie herrschten. Es wurde eine Erklärung über Wetterphänomene vorgelegt. Was tatsächlich über dem Flughafen O'Hare zu sehen war, ist bis heute ungeklärt. Wenn etwas durch einen so gut gesicherten Luftraum fliegt, muss man es ernst nehmen, ob man nun dran glaubt oder Skeptiker ist. Nick Pope hat jahrelang im Vereinigten Königreich UFO-Sichtungen studiert. Er weiß, dass Nachforschungen aus Mangel an Daten oft ergebnislos bleiben. In etwa 15 Prozent der Fälle hatten wir zu wenige Informationen, zu wenige Daten, um zu einer klaren Aussage zu gelangen. Geht die US-Luftfahrtbehörde UFO-Sichtungen deshalb nicht nach? Warum sollte ihnen ein UFO egal sein? Es muss nicht außerirdisch sein, um eine Bedrohung darzustellen. Also stellt sich die Frage, wollen sie etwas vertuschen? Wir enthüllen Hinweise, die US Air Force würde systematisch Beweise vernichten. Beweise, die zeigen, dass sie aktiv zu UFOs forscht. Trotz überwältigender, anderslautender Beweise behaupten viele Regierungen, sie würden keine Nachforschungen zu UFOs anstellen. Doch viele, die unerklärliche Phänomene am Himmel gesehen haben, und auch manche Medienvertreter glauben ihnen nicht. 2011 fragte die Huffington Post das Pentagon nach einer bestimmten Passage in einem Lehrbuch für Angehörige der US-Luftstreitkräfte. Das Air Force Manual 10-206 beinhaltet einen Abschnitt, der Piloten anleitet, wie UFO-Sichtungen zu melden sind. Alle Piloten der US Air Force waren verpflichtet, jedes UFO, jedes unidentifizierte Flugobjekt des ISAN zu melden. Diese Anweisungen existierten schwarz auf weiß, jahrelang. Nur wenige Tage nach der Anfrage wird der Abschnitt entfernt. Innerhalb von 24 Stunden nach der Anfrage dieses großen Medienunternehmens an das Pentagon wurde das Lehrbuch vollständig umgeschrieben. Und das ganze Kapitel zu UFOs war verschwunden. Es gibt eine Reihe von Gründen, weshalb das Militär sich nicht zu UFOs äußert. Erstens, das Militär ist insgesamt eine sehr verschwiegene Organisation. Nichts zu sagen ist der Normalfall, solange man nicht unbedingt muss. Das zeigte aller Welt, dass UFOs immer noch ein Thema waren und dass Air Force Piloten jedes unidentifizierte Flugobjekt melden mussten. Der zweite Punkt ist, dass es in einer hierarchischen Organisation sehr leicht ist, etwas unter Verschluss zu halten. Wenn ein ranghoher Offizier sagt, sprechen Sie nicht über UFOs, dann ist das ein Befehl. Und wer ihn missachtet, hat schwere Konsequenzen zu befürchten. Deshalb konnte das Militär viele dieser Dinge so lange geheim halten. Sprecher des Pentagon behaupten, es war reiner Zufall, dass die Passage kurz nach der Anfrage gelöscht wurde. Warum das ganze Theater? Sie wären ja nichts im Zusammenhang mit UFOs interessiert. Wenn man im Rahmen der Informationsfreiheit schwarz auf weiß das Gegenteil nachlesen kann. Wir werden vielleicht nie erfahren, welchen UFO-Phänomenen Regierungen rund um den Globus nachgegangen sind. Das ist kein Thema, über das ich detailliert sprechen kann, weil ich noch immer an die Geheimhaltung gebunden bin. Was ich sagen kann, ist, dass wir in Regierungskreisen aufgrund von Geheimdiensterkenntnissen eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, was da draussen ist. Doch die Frage bleibt, was ist da draussen? Unseared. Alien Files. Auf der Spur der grössten Geheimnisse der Erde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017